Hi meine AVOS, hier ist die Miep hier und ich habe Post bekommen und es steht leider kein Absender drauf. Also habe ich das schon mal aufgemacht und jetzt schauen wir mal gemeinsam rein. Ah! Oh, wie cool! Jetzt weiß ich auch, von wem das ist. Das ist nämlich von die Online-Einkundal. Oh, hi! Herzlich willkommen! Oh, Dankeschön, Gaius Balter! Oh, wir hatten uns nämlich so ein bisschen drüber unterhalten, ob ich denn Interesse habe an ein paar Teilen, die er nicht braucht. Und zwar von dem Dimensions Wonder Woman Set. Dieses, äh, na, wo ist es denn? Naja, hier ist halt so ein Gefährt. Von dem, ah ja, hier, hier haben wir es. Da. Das ist das Gefährt. Ob ich Verwendung dafür habe, und ich habe ja grundsätzlich für alles Verwendung von Lego. Also habe ich gesagt, klar, nehme ich. Und wie ihr seht, er hat es mir zugeschickt. Wie cool! Oh, ich freue mich total. Ich hatte noch nie, also ich habe ein Dimensions-Set, muss ich sagen. Ich habe es aber noch nie aufgemacht und bin gerade total fasziniert von diesen, von diesen Platten. Oh, ich halte es gar nicht in die Kamera. Die sehen ja mega cool aus. Oh, ich bin gespannt, was ich damit anstelle. Fallen mir direkt ein paar Ideen ein. Wie geil! Dankeschön, lieber Geil-Spider! Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und nochmal vielen lieben Dank, lieber Geil-Spider. Oh, ist das toll! Macht's gut! Tschüss!